Du möchtest bei Amazon verkaufen und hast sicherlich bemerkt, dass manche Kategorien für dich eingeschränkt sind. Das heißt, du kannst in den Kategorien keine Produkte listen. In diesem Video erfährst du, welche Kategorien das betrifft, warum das so ist und was du tun kannst, um diese für dich freischalten zu lassen. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Videos wie E-Commerce, wie Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay und die Selbstständigkeit, dann abonniere gerne diesen Kanal und drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So Freunde, dann lass uns mal anschauen, welche Kategorien denn bei Amazon einer Einschränkung unterliegen, die wie nicht einfach so verkaufen dürfen. Vorab gesagt ist, dieses Video mache ich aufgrund von mehreren Anfragen, wo gesagt wurde, mach ein Video bitte dazu, wie ich Artikel einstellen kann bei Amazon, die für mich eingeschränkt sind. Das soll ein Appell für dich auch sein. Falls du meine Videos schaust und dich interessieren irgendwelche Themen, wozu ich noch kein Video habe, dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich werde mich bemühen, so schnell wie möglich ein Video dazu zu veröffentlichen, um dir einen Mehrwert dafür zu bieten. Ja, dann lasst uns mal anschauen, warum denn überhaupt manche Artikel bzw. Kategorien bei Amazon nur eingeschränkt eingestellt werden können. Das hat mehrere Gründe, das heißt zum Beispiel aus dem Bereich oder Kategorie Beauty und Gesundheit. Das sind Artikel zum Beispiel, wo Amazon sich vergewissern möchte, was der Verkäufer da verkauft, ob er sein Werk versteht und ob er denn wirklich auch legale und legal produzierte Ware, die nicht gesundheitsschädlich zum Beispiel ist, in den Verkehr bringt. Da möchte Amazon seine Käufer schützen und das soll natürlich der Verkäufer erstmal beweisen, dass er die Ware legal und richtig erworben hat bzw. auch auf richtigen Wegen herstellen lassen hat. Das möchten die sich bescheinigen lassen. In dem Fall müsst ihr, wie gesagt, Amazon verschiedene Sachen vorlegen, die wir uns gleich anschauen, um Artikel listen zu dürfen. Zum Beispiel, auch Markenprodukte sind zum Beispiel eingeschränkt zum Verkauf möglich bei Amazon. Gewisse Marken dürfen überhaupt nicht von euch verkauft werden, es sei denn, ihr werdet vom Markenhersteller dazu berechtigt. Da fällt mir zum Beispiel Apple ein und zwar seht ihr das hier, da ist zum Beispiel gar keine Schaltfläche für uns da, es steht nicht verfügbar, ihr könnt euch die Einschränkungen einblenden lassen und hier steht zum Beispiel, sie haben keine Berechtigung, Artikel dieser Marke zu verkaufen. Bitte kontaktieren Sie den Inhaber der Markenrechte, um als autorisierter Verkäufer diese Marke bei Amazon anbieten zu dürfen. Das heißt, hier dürftet ihr nur solche Artikel verkaufen, wo ihr wirklich vom Hersteller dazu autorisiert seid. Dann gibt es aber auch Artikel, wo zum Beispiel hier sehe ich, eine Freischaltung möglich wäre, wenn ihr diese beantragt. Dafür braucht ihr natürlich gewisse Dinge, die ihr erstmal von dem Lieferanten bekommt, um diese Amazon zur Verfügung zu stellen. Wenn wir dann auf die Schaltfläche klicken, Freischaltung beantragen, dann öffnet sich ein neues Fenster und hier könnt ihr eure Freischaltung beantragen. Und zwar braucht Amazon hier gewisse Informationen von euch. In dem Falle möchten die wissen, was seid ihr eigentlich? Wiederverkäufer Großhändler, Hersteller oder beides? Zum Beispiel, die meisten sind natürlich Wiederverkäufer von Großhändlern, viele sind aber natürlich auch Hersteller. In dem Falle will ich das hier einmal anschauen, Wiederverkäufer oder Großhändler, weil ich das selber mache. Gewisse Dinge lasse ich auch herstellen. Dazu kommen wir aber in vielen weiteren Videos später. Und was braucht jetzt Amazon von uns? Und zwar erforderliche Unterlagen einsenden. Und zwar, diese Unterlagen, die ihr hier stehen habt, die benötigt Amazon. Früher war das zum Beispiel 90 Tage, die haben das erhöht auf 180 Tage. Das heißt, die letzten drei Rechnungen braucht Amazon von euch, von denen die Rechnungen nicht älter als 180 Tage sind. Hier macht es Amazon auch euch leicht. Da gibt es auch das Datum an, wo diese Rechnung, die darf nicht älter sein. Die Rechnung muss exakt euren Namen haben. Das heißt, euren Firmennamen oder natürlich als Einzelhändler beziehungsweise als Einzelunternehmer müsst ihr den vollständigen Vor- und Nachnamen haben. Und auch die Anschrift muss eins zu eins mit eurer bei Amazon Einstellungen hinterlegte Adresse sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Also da ist Amazon wirklich sehr, sehr pingelig, was das angeht. Deshalb achtet da sehr drauf. Dann muss der Name und die Anschrift des Herstellers beziehungsweise des Lieferanten drauf sein. Und zusammengefasst von mindestens zehn Artikeln muss das Ganze haben. Das heißt, ihr könnt drei Rechnungen zur Verfügung stellen, wobei hier steht, eine Eingangsrechnung reicht denen völlig aus. In manchen Kategorien wird es wohl bei drei sein. Also in meinem Fall war es auch zum Beispiel drei Rechnungen noch. Hier haben wir jetzt eine Rechnung steht hier. Jedoch müssen die zehn Artikel beinhalten. Wenn ihr weniger als zehn Artikel kauft, zum Beispiel bei hochpreisigen Artikeln, da wird es schon etwas schwieriger, wobei ihr dann mehrere Rechnungen einreichen könnt. Und da, wenn da eine Zusammenfassung entsteht von mehr als zehn Artikeln, ist das auch okay. Preisinformationen können ausgeblendet werden. Würde ich auch an eurer Stelle machen. Das heißt, ihr deckt die Preise ab und scannt das Dokument beziehungsweise die Rechnung ein. Oder ihr macht das mit einem PDF-Editor, wo ihr dann die Preise eben rauslöscht, damit Amazon das nicht unbedingt sieht, für welche Preise ihr da einkauft. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass ihr auch damit rechnen müsst, dass Amazon eure Dokumente zur Verifizierung auch beim Hersteller beziehungsweise dem Verkäufer oder Großhändler, den ihr da angegeben habt, kontaktieren kann und auf die Echtheit beziehungsweise auf die Vollständigkeit eure Dokumente prüfen kann. Das ist hier in dem Absatz vermerkt, sodass ihr hier nicht einfach irgendwas hochladen könnt, sondern wirklich echte Dokumente, die relevant sind. Und dann ladet ihr das Ganze hier hoch. Ihr habt hier die Dateitypen, die zur Verfügung stehen. Und natürlich müsst ihr auch gewisse Bilder hochladen von dem Produkt. Am besten fotografiert ihr das Produkt von allen Seiten und zeigt Amazon, dass es sich hier um genau das Produkt handelt, was ihr hier verkaufen möchtet. Es müssen verschiedene Daten zu sehen sein, wie Modellnummern, Produktname und Bezeichnung. Aber es kann auch natürlich die Inhaltsstoffe bei Beauty- und Gesundheitartikeln, müssen die Inhaltsstoffe zu sehen sein. Da achtet Amazon auch sehr drauf. Wenn ihr also das Ganze hier auch Amazon bieten könnt, dann könnt ihr auch die Fotos dazu hochladen. Ihr könnt Kommentare dazu setzen. Wie ihr seht, ist das Ganze optional. Muss also nicht unbedingt gemacht werden. Und wichtig ist natürlich eine E-Mail-Adresse und eventuell eine Telefonnummer, wo euch Amazon kontaktieren kann, beziehungsweise euch den Status der Bearbeitung, der Freischaltung einmal mitteilt. Ja, und dann werdet ihr das Ganze einmal absenden und dann prüft für euch Amazon eure Unterlage, Dokumente, die ihr zur Verfügung gestellt habt, ob diese denn die Berechtigung erteilen, euch die Freigabe für diesen Artikel, den ihr verkaufen möchtet, zur Verfügung stellen. Wenn ihr zum Beispiel spezielle Dinge habt, wo ihr einfach nicht die Freischaltung bekommt, obwohl ihr denn schon alles eingereicht habt, was ihr nur konntet und alle Kriterien, die hier stehen, erfüllen, dann würde ich euch einfach raten, Amazon persönlich zu kontaktieren. Ich habe dazu ein Video gemacht. Das findet ihr auch unten in der Beschreibung, sowie auch alle anderen Informationen, die zu diesem Video hier sind. Und da kontaktiert ihr dann Amazon auch gerne telefonisch und fragt genau nach, woran liegt es denn jetzt, dass ihr keine Freischaltung für den gewissen Artikel oder die gewisse Kategorie bekommt. Und dann hilft euch Amazon auch so. In meinem Fall war das auch so. Ich habe lange Zeit keine Freischaltung für Artikel bekommen, die ich hier bei Amazon anbiete. Irgendwann hat es dann einfach geklappt und seitdem verkaufe ich meine Artikel und es klappt alles reibungslos. Soviel zu der Freischaltung für Kategorien und Artikel, die ihr bei Amazon eingeschränkt verkaufen könnt und die ihr natürlich hier über diese Funktion freischalten könnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn du noch Fragen hast, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde so schnell wie möglich alle Fragen beantworten. Schau dir gerne auch alle weiteren Videos von mir auf diesem Kanal an, die sehr interessant sind. Unter anderem zeige ich, wie du dir bei Amazon und Ebay Schritt für Schritt ein Geschäftskonto erstellst beziehungsweise Artikel einstellst und wirklich erfolgreich verkaufen kannst auf diesen Marktplätzen. Und es werden viele weiteren Videos folgen. Deswegen lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Drücke auf das Glockensymbol, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis dahin bedanke ich mich und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Tschüss.